Heute machen wir einmal etwas ganz anderes. Ich gewähre Ihnen einen Blick über meine Schultern. Mehr ist möglich, der Alex Rusch Podcast. Hier erhalten Sie Lernerkenntnisse, Inspiration und Ansporn in den Bereichen Marketing, Gesundheit, Erfolg und Unternehmer-Know-how. Mehr ist möglich. Hallo, hier ist Alex Rusch. Ich sitze hier in meinem Audio-Studio am schönen Halwieler See. Und heute ist nicht Samstag, nicht mein üblicher Podcast-Tag. Heute ist Sonntag. Genauer gesagt, Sonntagnachmittag. Und das ist ein aussergewöhnlicher Sonntag, denn ich habe am Vormittag nicht gearbeitet. Ich hatte einen halben freien Tag, was bei mir selten vorkommt. Das war auch gar nicht geplant. Ich habe heute etwas länger geschlafen, weil das mein Körper wollte. Dann bin ich aufgestanden. Dann habe ich eine DVD mir angeschaut. Dann noch etwas Netflix und auch gefrühstückt und so weiter. Und dann einfach entschieden, ich werde heute erst um 14 Uhr mit meiner Arbeit starten. Ich weiss gar nicht, wann ich den letzten freien Tag hatte oder den letzten halben freien Tag. Das war wohl auf La Palma. Weil wenn ich es nicht einplane, kommt es einfach selten vor. Weil ich habe viel zu tun und meine Arbeit ist auch meine Passion. Als ich heute dann diese Folge vorbereitet habe auf Word, wo ich dann jeweils Stichworte hinschreibe, habe ich mir überlegt, welchen Titel soll ich wählen für diese Folge. Der erste Titel war «Viele Bälle in der Luft». Der zweite Titel «Ein Blick über meine Schultern». Ich habe mir dann gedacht, ein Blick über meine Schultern klingt irgendwie interessanter. Und so habe ich das dann so gewählt. Und was genau meine ich damit? In der heutigen Folge geht es darum, dass ich Ihnen einmal zeige, was ich so mache während einer Arbeitswoche. Also im Prinzip ein Blick zurück auf die letzten sechs Tage. Ich denke, das wird spannend sein. Es wird lehrreich sein. Es wird interessant sein. Und vor allem die Fans und die Raving-Fans werden es geniessen. Wenn man Vorblutunternehmer ist, bedeutet das, dass man automatisch viel arbeitet. Alles hat irgendwie mit Arbeit zu tun. Auch wenn ich draussen auf der Terrasse sitze und lese, dann hat das auch mit Arbeit zu tun. Weil das sind dann bezahlte Marketing-Newsletter zum Beispiel oder Gesundheitszeitschriften, Bücher und so weiter. Was dann auch wieder Content ist für unsere Mitgliedschaften und für unsere Lehrgänge. Und es gibt einen Grund, warum der erste Titel für diese Folge war «Viele Bälle in der Luft». Weil ich habe ganz schön viele Bälle in der Luft. Und das ist auch der Grund, warum nicht jeder dazu geeignet ist, Unternehmer zu sein. Weil man hat automatisch viele Bälle in der Luft und nicht alle können damit umgehen. Es gibt Experten, die sagen, dass im Prinzip nur etwa 5% das haben, was es braucht, um Unternehmer zu sein. Also, ich werde jetzt ein paar Dinge erwähnen, die ich gemacht habe während den letzten paar Tagen. Am Donnerstag war ich in unserem Videostudio in Lenzburg in der Schweiz. Und ich habe dort einen Mini-Lehrgang, bestehend aus 5 Lektionen, aufgezeichnet. Der Lehrgang trägt den Titel «5 Top-Strategien zur Erfolgssteigerung». Diesen Lehrgang habe ich ausnahmsweise alleine aufgezeichnet, also ohne Co-Moderatoren. Aber trotzdem im Videostudio, weil wenn ich schon Miete bezahle, jeden Monat für ein Videostudio, muss ich es auch ab und zu mal nutzen. Und man kann natürlich schon schönere Sachen dort machen, als jetzt in meinem Heimstudio, wo ich nur eine Kamera habe. Weil dort habe ich ja mehrere Kameras, ich habe dort Greenscreen und diesmal haben wir tatsächlich dann auch Greenscreen dafür genutzt. Ich habe dann einen Tag vorher einen Hintergrund ausgewählt. Unser Grafiker hat dann den Hintergrund noch in die richtige Grösse gebracht. Dann hat es dann unser Videofilmer dort eingebaut. Dann haben wir diese Lektionen aufgezeichnet und jetzt sind sie beim Cutter. Also der, der dann die Videos schneidet. Und gestern habe ich noch die Musik ausgewählt in einem Musikarchiv. Dieser Mini-Lehrgang wird dann kostenlos angeboten auf unserer neuen Plattform rouge-gratis.com. Aber es wird schon noch ein paar Tage dauern, bis er geschnitten ist. Vielleicht auch zwei Wochen. Gestern war ja Samstag, mein Kreativtag. Und ich habe dann vor allem an einem Webinar gearbeitet mit dem Titel «So werden Sie und Ihre Firma auch in turbulenten Zeiten grosse Erfolge erzielen». Bei diesem Webinar wird dann am Montag unser Grafiker noch die PowerPoint gestalten. Und am Dienstagabend sind wir dann live. Meine Co-Moderatoren sind Ralf Borchert und Thorsten Schäffer. Beide sind erfolgreiche Anwender von RUH-Strategien. Und beide sind dann auch meine Co-Moderatoren in unserem Seminar im Mai. Diese Woche musste ich mich auch mit Bewerbungen beschäftigen für eine neue Buchhalterin, Schrägstrich Buchhalter. Ich habe dann auch einige Forschungsgespräche geführt. Jemand hat Probe gearbeitet. Und direkt nach dem Probearbeiten habe ich ihn dann eingestellt. Er war sehr überzeugend. Und beim Probearbeiten sieht man dann auch, wie schnell jemand lernen kann, wie jemand Sachen versteht, wie jemand denkt. Und Probearbeiten heutzutage läuft bei uns über Zoom. Denn unsere Firma ist ja seit 2017 virtuell. Am Freitagabend hatte ich ein einstündiges Gespräch mit einem Top-Interessenten, der unter Umständen den RUH-Verlag kaufen möchte. Vielleicht sogar den RUH-Verlag und die noch erfolgreiche AG. Vielleicht beide Firmen komplett. Vielleicht auch nur ein Teil davon. Sie haben ja sicherlich auch schon gehört, dass ich eben einen Nachfolger suche oder mehrere Nachfolger für den RUH-Verlag vor allem. Aber unter Umständen auch für die noch erfolgreiche AG. Und so gibt es halt immer wieder mal Gespräche. Es gibt einen Unternehmensberater in Deutschland, der mir dabei hilft, die Firma zu verkaufen. Dann gibt es auch jemand in der Schweiz, der mir dabei hilft. Zudem hat mir jetzt auch einer unserer Autoren diesen Kontakt hergestellt zu dem erwähnten Top-Interessenten. Und er war sehr begeistert von der Idee. Mal schauen, was das wird. Weil bei mir ist es einfach so, Alex Rusch 2.0 kann erst starten, wenn bestimmte Sachen erledigt sind, bestimmte Sachen weg sind von meinem Tisch. Dann möchte ich eben dann auch starten mit der Rusch Stiftung für eine bessere Welt und ein paar anderen neuen Projekten. Am Freitag wurde auch ein neuer Prospekt fertig. Ich lese durch unseren Grafiker ein Prospekt gestalten für den Aufsteiger Verlag. Der wurde dann auch gleich online gestellt von unserem Webdesigner. Und den findet man ab sofort unter www.aufsteiger.com-prospekt. Es ist ein zwölfseitiger Prospekt. Weil ab und zu ist das schon gut. Man hat einen Prospekt, den man anschauen kann. Man kann durchscrollen auf dem PDF-Programm oder man kann den Prospekt ausdrucken. Diese Woche habe ich auch eine App in Auftrag gegeben für aufsteiger.com, damit man dann in Zukunft die Online-Lehrgänge und die anderen Sachen, die dort angeboten werden, auf der App konsumieren kann. Sowohl online als auch offline. Für das Alex Rusch Institute sind wir auch schon seit langer Zeit dran, eine App entwickeln zu lassen. Ich glaube, es ist schon irgendwie die dritte Agentur. Und die sind schon seit fast 18 Monaten dran. Und jetzt muss ich die abschießen vor ein paar Tagen. Wir müssen das wieder neu anpacken mit einer neuen Agentur. Und ich habe mich dann dazu entschlossen, zunächst mal die App zu machen für aufsteiger.com. Und wenn das gut rauskommt, dann auch für das Alex Rusch Institute von der gleichen Agentur. Und es gibt noch eine dritte App, die ich haben möchte, nämlich für Rusch Gratis. Das neue Portal mit den Gratis-Inhalten. Ich möchte eben, dass man diese Gratis-Inhalte auch auf einer App konsumieren kann. Und ich sage auch ganz offen, in den schriftlichen Jahreszielen der Rusch Firmengruppe, bei den sieben Hauptzielen, gibt es ein Ziel, wo steht, drei neue Apps. Fertigstellen. Und hier ist eben auch dann wieder die Kraft der Ziele am Werk. Man weiss, worauf man den Schwerpunkt setzen muss. Und ich muss auch ganz klar sagen, es ist sehr, sehr schwierig, eine App entwickeln zu lassen, die dann auch richtig funktioniert. Was nebenbei auch läuft, ist die Promotion für den Alex Rusch Erfolgsystem Anwender Workshop 2.0, der am 20. und 21. Mai stattfindet. Ich weiss nicht, ob sie auch kommen werden im Mai. Ich gebe Ihnen mal schnell die Domain, alexrusch.com-erfolgssystem-workshop. Das erste Seminar seit Jahren. Und es wird ein mega Seminar sein, mit vielen Highlights. Ein richtiges Erlebnis. Und vor allem, es wird sehr lehrreich sein und bahnbrechend. Eines meiner Hauptprojekte, wie Sie wissen, ist auch Rusch Unternehmer Mastery. Aktuell läuft da die erste Pilotgruppe. Und hierfür müssen dann jede Woche fünf Lektionen noch geschnitten werden. Fünf Gold-Lektionen. Das heisst konkret, ich sehe mir die Lektionen durch. Ich erstelle ein Schnittskript für unseren Videocutter. Er macht dann seine Arbeit. Ich sehe es nochmals durch. Es gibt dann vielleicht noch Korrekturen. Und dann gebe ich es frei. Das ist so die eine Arbeit bei Rusch Unternehmer Mastery. Die andere Arbeit, ich muss immer die wöchentliche Online-Coaching-Session vorbereiten. Das heisst, ich schreibe mir dann ein paar Zusatztipps auf, ein paar Zusatzbeispiele zu den entsprechenden fünf Lektionen der Woche. Und das wird dann präsentiert. Und gleichzeitig werden dann auch Fragen live beantwortet der Teilnehmer. Und ich mache diese Vorbereitung immer zeitnah, damit das sehr aktuell ist. Übrigens, wir haben uns entschlossen, eine weitere Pilotgruppe zu starten. Das machen wir eigentlich sonst nie, aber in diesem Fall machen wir es. Es braucht noch eine weitere Pilotgruppe. Weil viele haben nicht mal davon gehört, dass es Rusch Unternehmer Mastery gibt. Einige unserer besten Kunden wussten nichts davon. Was auch wieder zeigt, heutzutage muss sehr viel mehr Marketing gemacht werden, damit Leute überhaupt von Sachen erfahren. Und ich brauche noch mehr Testimonials. Und deswegen gibt es nochmals eine Pilotgruppe. Und dann starten wir dann voraussichtlich im Januar mit der Hauptgruppe und dann auch zum vollen Preis. Bei der zweiten Pilotgruppe gibt es nochmals den Pilotpreis von 1.997 Euro, was wirklich sehr, sehr günstig ist für das, was dort geboten wird. Und dann bei der Hauptgruppe wird es dann 4.997 Euro sein, was auch immer noch sehr günstig ist im Vergleich zu dem, was andere in der Branche anbieten. Es gibt auch solche, die würden gleich eine Null dazuhängen. Was es auch wert wäre. Aber das geht nur mit einer Vertriebsabteilung. Wenn Sie die Website von Rusch Unternehmer Mastery anschauen unter www.alexrusch.com schrägstrich unternehmer-mastery werden Sie sehen, dass dort bereits das neue Datum steht für die zweite Pilotgruppe. Sie startet am 1. Mai. Und man kann sich jetzt dafür anmelden. Hier nochmals die Domain alexrusch.com schrägstrich unternehmer-mastery Ich werde jetzt ganz spontan auch noch einen Kommentar vorlesen eines Teilnehmers. Diesen Kommentar hat er direkt unterhalb des Lehrgangs geschrieben mit dem Chat-Tool. Es ist Guido Reuter und er schrieb Hallo Herr Rusch, die ersten 20 Lektionen habe ich aufgesogen wie ein Schwamm. Viele Ihrer Impulse haben bei mir nachhaltig zu einem Umdenken geführt. Manchmal wird alles ganz einfach mit dem richtigen Impuls. Herzlichen Dank, dass Sie so offen Ihre Erfahrungen mit den Teilnehmern teilen. Vielen Dank, Herr Reuter für dieses tolle Feedback. Hat mich sehr gefreut. Er hat dann auch gesagt bei der wöchentlichen Online-Coaching-Session, dass er gar nicht mehr aufhören konnte. Er hat dann irgendwie bis zwei Uhr nachts die Lektionen angeschaut, was wirklich toll ist. Insbesondere auch, weil er wirklich ein Top-Unternehmer ist, hat er eine tolle Firma aufgebaut. Und auch er kann eben noch viel lernen von diesen Gold-Lektionen. Und es gibt ja auch einen Grund, warum ich den Begriff Gold-Lektion verwende, weil es sind wirklich die besten, der besten Tipps für Unternehmer und für CEOs. So, und hier nochmals die Domain. Muss ich ja machen als Vollblut-Unternehmer und auch als Markter. www.alexrusch.com Schrägstrich Unternehmer Binnenstrich Mastery Und es gibt noch etwas anderes, woran ich immer wieder weiter arbeite. Nämlich die Vorbereitung der monatlichen Online-Konferenzen des Alex Rusch Inner Circles und des Mehr ist möglich Intensivprogramms. Ich habe immer zwei Word-Dokumente in meinem PC mit den Stichpunkten für den entsprechenden Monat und sobald mir etwas einfällt oder ich stosse auf etwas, schreibe ich es dort rein. Im April ist übrigens Prof. Dr. Jörg Knoblauch unser VIP-Gasexperte beim Alex Rusch Inner Circle und auch beim Mehr ist möglich Intensivprogramm und ein Mehrmitglied Ralf Borchert ist der Co-Modrator. Falls Sie noch nicht Mitglied sind oder nicht mehr Mitglied sind, sollten Sie unbedingt mal einen Blick werfen auf alexrusch.com Schrägstrich Stufen Es lohnt sich wirklich dort dabei zu sein. Wenn Sie nicht dabei sind, verpassen Sie wertvolle Sachen Monat für Monat. Es gibt noch etwas anderes, woran ich diese Woche gearbeitet habe. Am Montag habe ich nämlich Ausgabe 01 2023 der Zeitschrift noch erfolgreicher freigegeben. Die Zeitschrift wurde gedruckt und in wenigen Tagen wird sie bei den Abonnenten und Mitgliedern eintreffen. Bei uns ist es Tradition, dass ich jeweils die Schluss-Schluss-Lesung mache. Haben Sie vielleicht auch schon gehört, hier in diesem Podcast, die Artikel kommen rein von den Autoren, sie gehen dann zur Lektorin, sie lektoriert sie, dann geht es zum Grafiker, ersetzt es, dann geht es zur Korrektorin, dann gibt es mehrere Korrekturläufe und dann ganz am Schluss geht es noch zu den Autoren, die können das auch dann noch freigeben, dann gibt es vielleicht noch weitere Korrekturen durch die Autoren und dann ganz am Schluss, bevor es in den Druck geht, lese ich es auch nochmals durch. Denn die Zeitschrift noch erfolgreicher ist auch ein Passionsprojekt von mir. Ich möchte, dass jede einzelne Ausgabe grossartig ist und ab und zu muss ich auch tatsächlich noch etwas abschießen ganz am Schluss oder es gibt noch zwei, drei Sachen, die nicht stimmen, die noch korrigiert werden müssen und dann geht es in den Druck. Aber eben, was ich jetzt hier so aufgezählt habe, ist noch gar nicht alles. Es gibt noch viele grössere und kleinere Dinge. Ich muss zum Beispiel auch noch das Verlegerblatt texten, das Beilagerblatt zur Zeitschrift, ich musste E-Mailings texten, die an unsere E-Mail-Listen gingen, ich musste meine persönlichen E-Mails beantworten natürlich, was auch ganz schön viele sind und einiges mehr. Und jetzt merken Sie auch, warum meine Arbeitswoche nicht kurz ist. Obwohl ich ja ein Team habe, ich kann Sachen delegieren, ich muss nicht selber die PowerPoint gestalten, ich muss nicht selber die Videos schneiden, ich muss nicht selber die Lehrgänge online stellen, wie das andere zum Teil in unserer Branche müssen, dafür habe ich ein Team, aber es gibt bestimmte Dinge, die muss ich eben selber machen, weil es sind meine Inhalte. Vielleicht noch schnell ein kleiner Link für die Zeitschrift noch erfolgreicher, falls Sie noch nicht Abonnent oder Mitglied sind, können Sie das auch jetzt werden unter www.noch-erfolgreicher.com Schrägstrich Abo A-B-O Und damit sind wir am Schluss einer weiteren Folge des Mehr ist möglich Podcasts Und Sie wissen, jede Folge ist ein wenig anders und deswegen lohnt es sich jede einzelne Folge anzuhören. Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Woche und wir hören uns wieder nächsten Mittwoch. Bis zum nächsten Mal.